Ich kann dich nicht sehen, du kannst mich auch nicht sehen. Das Glas ist leer, oder? Das Glas ist kaputt, ja. Welches Glas? Irgendwie reparieren. Den kennst du nicht? Den muss man nicht kennen. Ja, ich befürchte jetzt irgendwie bald. Jetzt tu doch mal was, du bist doch hier so ein... Das Fernsehen kommt, oder was? Ja, einer! Guck mal, da ist die Kamera! Kamera! Den haben wir schon! Nein, 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 nein! Ähm... Die Kamera!